meine leichten matrosen wir werden heute das piratenkit spielen und deswegen gibt es auch dieses ultra heftige intro ich habe eine enderperle bekommen was für mich dann eigentlich doch heißt dass ich dann trotzdem die meter reinschaue ein echter pirat natürlich auch das gab es jetzt auch schon ein paar tage nicht mehr und ihr könnt ja gerne mal so ein paar kids schreiben die ihr bock hätte zu sehen ja ich denke mal da gibt es schon so ein paar kids die noch ausprobieren könnte als youtuber hat man ja jedes kit zur verfügung und dementsprechend bietet sich da eigentlich auch ganz guter content am besten wäre natürlich jetzt hier erstmal full equipment was bringt mir dieses piratenkit denn überhaupt ja ein helm mit brot und blast brot 2 dazu gibt es dann ja jetzt hier ein goldschwert mit sharp 3 dazu auch noch 32 feier charges mit drei dispensern das ding ist dass da oben einer chillt hier einer chillt da einer chillt das sind dann alle spieler die momentan noch mit dabei sind das heißt sie müssen jetzt hier erst mal auf die eine insel schauen meinte ich schaffe das auf diesen steg drauf lol tatsächlich ja egal dass das nicht einfach trotzdem geklappt so wo ist er denn er chillt bestimmt noch unten hallo irgendwo hier ist er das jetzt weg gelaufen i don't know vielleicht da unten hä wie kann er mir denn entkommen leute er ist da oben brauche ich mich da direkt mal rüber er will dann auf jeden fall im battle one line machen oder was okay perfekt habe ich noch den mlg jetzt halt hier gedroppt er chillt halt immer noch da oben ich hätte halt echt bock gegen dich so zu kämpfen lecker hätte ich halt echt bock ja oder dich einfach runter zu schützen das ich spuck noch einmal nach der andere ist da oben alle gar damit kann es mich halt auch nicht so beeindrucken weil mit deinem equipment ja gut ich so pirat spielt tatsächlich mit anderen sachen deswegen sehen wir uns in der nächsten runde wieder die nächste runde beginnt wir haben wieder eine enderperle what the fuck das wirklich heftig weil normalerweise bekommt man nicht so oft enderperlen dann haben wir eigentlich jetzt hier full equipment und kraften wir sogar noch schnell was dann ist eine ohne ohne wir haben runtergeschubst loyal fields amazing man hier kommt noch einer und auch noch runtergeschubst ich kann den halt beispielsweise auch einfach unterschöpfen soll ich war es ist ja jetzt hier merken niemals über andere beschwerden wenn man selber wie der letzte vollerung spielt er weiß auch dass ich jetzt hier irgendwas machen ne weiß er nicht okay perfekt weil dann baue ich hier mal so eine klitzekleine falle für ihn ja und zwar stelle ich den da hin oh ein bisschen knapp packt das da rein packt da hinten dann den hebel hin so funktioniert das doch oder er chillt halt immer noch da unten ich glaube jetzt hat er aber gecheckt was ich machen will oder okay es ist äh hallo ich glaube ich bin der schlechtste fallenleger eu oder bin ich jetzt angezündet oh mein gott oh mein gott war das low alter ich kann es euch nicht erzählen wie low das war das ding ist ich kann trotzdem noch unterstürzen und lol probiert das ganze jetzt einfach noch mal und dafür baue ich das ganze jetzt hier eben noch mal ab heilige scheiße das können oh what ja perfekt haben wir wenigstens noch ein bisschen besseres equipment yo ja moin alter es kommt einfach einer nach dem anderen jetzt kann auf jeden fall nichts mehr schieflaufen und zwar heißt es sich ebims ein cool dann baue ich mich halt zum anderen rüber ich müsste halt irgendwie i don't know er wollte ein schneeball werfen das glaube ich jetzt nicht so ich packe das jetzt hier mal rein eigentlich müsste das jetzt hier auch funktionieren mal schauen er kommt auf jeden fall nicht darüber wie ich es haben will er weiß auf jeden fall jetzt hier was los ist jetzt halt oh mein gott oh mein gott was oh shit das ist jetzt nicht passiert oder naja freunde ich habe auf jeden fall alles gegeben und versucht aber leider hat es jetzt nicht so ganz mit dem piraten kill funktioniert dennoch würde ich mich über eine bewertung freuen und oder vorschläge für das nächste kit des weiteren könnt ihr auch gerne den kanal abonnieren wenn ihr nichts mal verpassen wollt und gerne auch den stream heute anschauen unten in der video beschreibung erster link für dich dazu da steht dann auch die zeit dran wann ich starte macht's gut und ciao Cranky Kaponne, Cranky Kaka Polne, Cranky Kaponne. Yeah, 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 yeah. Cranky Kaponne, Cranky Kaka Polne, Cranky Kaponne. Yeah. äle